Wir müssen nicht jeden Tag ins Gobe, aber morgen sollte man. Jede Sorte Bingo Premium kostet morgen bei Gobe nur 1,15 Euro. Und 1 Kilo Erdnüsse nur 3,60 Euro. Golden Delicious in der Tragtasche an 2,5 Kilo bekommen Sie für nur 6,75 Euro. Ausserdem offeriert Ihnen Gobe Nintendo Game Boy, das erste tragbare Videospiel. Inbegriffen im Preis von 129 Franken sind Spiele Tetris, Kopfhörer, Dialogkabel für Wegekämpfungszweite und Batterie. Viel Äppbeere, viel Aprikose, viel Zwetschge, viel Himbeere oder viel von allen anderen Früchten hat es in den feinen Konfitüren, die nur bei Gobe erhältlich sind. Wir hätten von Ihnen gerne den Namen gewusst. Kommt morgen, wir möchten uns freuen.